hallo ihr lieben ja die verlosung ich habe die gestern abend die gewinner ausgelost hier und das hier auch alles schön aufgebaut die drei becher die beiden kalender und dann ja die persönliche beratung bei mir und ja hier ist übrigens der lostopf damit ihr das seht ich hätte das jetzt ja auch live machen können aber gut ich habe es gestern abend so gemacht habt die lose gezogen und gebe jetzt die gewinnerpreis also wir haben drei dritte plätze und zwar diesen wunderschönen löwenherz lennemont kaffeebecher geht einmal an brigitte sommerfeld schmeiße ich mal den zettel rein dann an jenny stöfken und der dritte becher geht dann an iris albrecht ja herzlichen glückwunsch könnt ihr euch freuen ich schicke die sachen auch gleich raus sobald ich eure kontaktdaten habe so zweiter platz dieser wunderschöne kalender zeig ihn noch mal und da sind die bilder die ich selbst gemalt habe die astrologischen bilder damit hier kann man das sehen mit den sternzeichen die den dazu gehörigen planet das element und das haus und dann könnt ihr euch eure termine eintragen ja zweimal dieser kalender zum anhängen geht einmal an susanne s und der zweite kalender geht an bio janka r so ja und der erste platz eine telefonische halbstündige beratung bei mir geht an miss diebhardt das ist der erste platz ja herzlichen glückwunsch ich hoffe ihr freut euch darüber und ihr müsst mir jetzt alle genannten gewinner hier bitte unter folgender adresse e mail adresse die ich euch noch mal unter diesem video verlinke eure kontakttaten zu schicken eure adresse damit ich das auch diese woche hier noch rausschicken kann dass ihr das zu weihnacht noch habt und an den ersten preis bitte auch eine mail und dann werden wir einen termin finden schreibt mich an dann schicke ich euch zwei drei termine zur auswahl zu für eine telefonberatung genau und dann kommen wir auch noch kurzfristig zusammen dieses jahr denke ich so und zwar meine e mail adresse die ich auch noch verlinke sage ich euch mal geht an kathrin.loefmond.de und dann wm and.de also kathrin.loefmond.de aber wie gesagt die adresse verlinke ich auch noch mal hier unter dem video und dann schreibt mich bitte an dass ich die sachen dann auch noch schnell hier rausschicken kann dass ihr die zu weihnachten habt jo ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht das kann man ja ab und zu mal wieder machen so eine verlosung ja mal sehen wie das nächstes jahr denn so weiter mit uns läuft aber ich bin dieses jahr wirklich recht herzlichen dank für eure anteilnahme an diesem kanal und dass da hier so gewachsen ist freue ich mich echt riesig drüber und ich mache das auch wirklich gerne und das ist auch so ein bisschen eine wertschätzung die ihr mir bringt möchte ich euch auch bringen dass ihr da auch ein bisschen von habt und auch noch ein bisschen mehr bezug zu löwenherz bekommt ja da freuen wir uns denke ich alle drüber alles klar meine lieben wir sehen uns dann zu den nächsten orakel bis dahin schöne weihnachten eine gute zeit viel spaß mit den sachen und ja miss die ich freue mich auf unser telefonat macht's gut bis dahin